Was mich sehr berührt hat, was für mich extrem schön war, ist gesehen zu werden. Ich bin die Pascal Blunier aus der Schweiz und meine Firma heisst Pilates Flows Be Balanced GmbH. Das ist eine Ausbildung, die ich anbiete für eine ganz spezielle Bewegungsmethode, eine ganz moderne, revolutionäre Bewegungsmethode, die ich online anbiete, damit man sich ausbilden kann zur Instruktorin und damit Geld verdienen kann. Meine Herausforderung war, dass ich, also Herausforderung, ich war so ein Moment in meinem Leben, ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin und ich war letztes Jahr im Moment angekommen in meinem Leben, wo meine Hände mir schon so fest geschmerzt haben. Und ich habe dann noch einen Ermüdungserbruch erlitten. Da habe ich mir gesagt, hey, jetzt muss ich mal schauen, was ich will. Und habe dann realisiert, obwohl ich 59 war letztes Jahr, dass es jetzt nicht fertig ist. Ich will etwas Neues. Und ich hatte total Lust, etwas online zu machen. Ich wollte lernen, wie man sich online wirklich präsentieren kann, um wirklich etwas Cooles online auch zu erreichen und auch Menschen zu erreichen. Und ich habe so Christina gefunden. Ich war eigentlich wirklich auf der Suche, habe ihr Inserat gesehen und ich wusste, das ist sie, von ihr wichtiges Lernen. Das ist absolut das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe schon lange einfach den grossen Wunsch, Frauen zu helfen, wirklich in ihre Grösse zu kommen und wirklich für sich einzustehen. Und mit dieser Möglichkeit, das online zu machen, kann ich sehr, sehr viel mehr Menschen erreichen. Das ist extrem erfüllend. Ich habe ja zuerst mit ATS gestartet und das war sehr gut, dass ich das so gemacht habe, weil ich mir Zeit nehmen konnte, meine Positionierung zu finden. Die war zuerst ein bisschen anders, weil ich hatte ganz viele Ideen, weil ich sehr viel gelernt habe in meinem Leben und sehr viel anbieten kann. Und es war toll, dann Schritt für Schritt einfach das zu lernen in meinem Tempo, auch die Online-Präsenz, das Facebook, das Marketing schon ein bisschen zu lernen. Und es war mir von Anfang an klar, dass ich das Kundenmagnet buchen würde. Das war für mich ganz klar. Und ich habe dann, anfangs das Kundenmagnet hatte ich meine Positionierung und es war so genial. Ich konnte einfach nur Schritt für Schritt für Schritt das befolgen, was Christina mir gesagt hat. Es war so bequem und angenehm, weil ich muss nicht mehr alles selber testen. Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber immer alles alleine. Und es war so angenehm, einfach das zu machen und es hat funktioniert. Sie kann es dir wirklich Schritt für Schritt erklären. Du hast hier ein Konzept, das funktioniert. Du kannst es befolgen, musst es halt einfach machen. Ich habe nicht wenig gearbeitet, ich habe all diese Schritte gemacht. Ich bin wirklich Schritt für Schritt durchgegangen. Wenn du das machst, wird es bei dir auch funktionieren. Du wirst Widerstände in dir spüren, habe ich auch. Es wird manchmal schwierig, weil wenn ich weiterkommen will, wird es schwierig. Ich kenne das von meinem Leben. Aber ich sage dir, es lohnt sich einfach. Mach es für dich. Egal was, für dich wird es sowieso ganz viel bringen.